Twilight-Fans aufgepasst! Vampir Edward und seine Bella werden möglicherweise bald zurückkehren. Wie The Hollywood Reporter berichtet, soll sich bei Lionsgate Television eine TV-Serie rund um die Twilight-Romane in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Vorlagenautorin Stephanie Meyer, die die vier Bücher verfasst hat, soll an dem Projekt beteiligt sein. Wo die Serie zu sehen sein wird, steht gegenwärtig ebenso noch nicht fest wie die Darsteller. Die Twilight-Filmreihe spielte zwischen 2008 und 2012 an den weltweiten Kinokassen über 3,4 Milliarden US-Dollar ein. Die Hauptdarsteller Robert Pattinson und Kristen Stewart wurden durch sie zu globalen Superstars. Im November 2012 beschloss Breaking Dawn, bis zum Ende der Nacht, Teil 2 die überaus erfolgreiche Twilight-Filmreihe. Danach verfasste Meyer noch zwei weitere Romane, die neue Perspektiven auf die Geschichte von Edward und Bella eröffnen. Erst vor kurzem war bekannt geworden, dass eine andere erfolgreiche Buchreihe eine Serienadaption erhält. Der Streamingdienst Max arbeitet an einer Harry-Potter-Serie, die die gleichnamige Buchreihe von Autorin J.K. Rowling neu erzählen soll.